Der RSI-Indikator gehört zu den wichtigsten und berühmtesten Indikatoren weltweit. Er ist auch sehr, sehr beliebt und das sieht man eben auch an den Aufrufen bei YouTube. Wenn man wirklich mal schaut, diese Videos hier haben alle weit über eine Million Aufrufe. Hier sind wir bei 3,8 Millionen, bei 2,4 Millionen, 1,9 und so weiter und so fort. Du siehst es selber, es ist wirklich eine sehr, sehr beliebte Strategie. Sie ist aber nicht nur beliebt, sie ist auch wirklich sehr, sehr weltweit bekannt, weil immer wenn du hörst an den Märkten, ein Markt ist überkauft oder überverkauft, dann ist ganz oft der RSI-Indikator einfach dahinter. Der zeigt Zonen an, da kommen wir gleich noch zu, wo wirklich vielleicht Vorsicht angebracht ist, wo man sagen muss, jetzt muss man ein bisschen auf die Bremse treten. Und gerade wir als Algo-Trader schauen, weil wir ja faul sind, schauen, wie wir das Ganze vielleicht sogar machen können, ohne dass wir selber traden müssen, ohne dass wir Märkte überwachen müssen und überprüfen müssen, sondern dass wir einfach uns einen Experten holen, einen Expert Advisor, einen Handelsroboter, der das Ganze für uns 24 Stunden am Tag und das am besten dann 5 Tage die Woche rund um die Uhr eben managt. Und da habe ich eine gute Nachricht, zwei gute Nachrichten. Das erste ist, ich habe einen gefunden, ja, das ist noch nicht die gute Nachricht, also es gibt unzählige Indikatoren und auch Handelsroboter, aber dieser Handelsroboter verwendet keine Martingale oder Grid-Strategie, ja, weil die meisten Handelsroboter, die man so kaufen kann, die haben eine Martingale-Grid-Strategie, die funktionieren auch gut, das muss man dazu sagen. Man muss natürlich mit dem Risiko sehr, sehr weit runter gehen, weil dadurch, dass die Positionsgrößen immer vervielfachen und erhöhen, hat man ein großes Risiko und deswegen muss man sehr, sehr klein einsteigen. Das ist der erste positive Punkt. Der zweite positive Punkt, gerade für uns Algotrader ist natürlich, so eine Roboter kostet natürlich immer Geld, ja, und dieser Roboter, den ich hier für dich rausgesucht habe, der kostet nichts, der ist komplett kostenfrei, du kannst ihn herunterladen, du kannst ihn einsetzen ohne Limitation und ob das profitabel ist, beziehungsweise er ist auch profitabel, das kann ich, so viel kann ich schon mal verraten und ich zeige dir jetzt im Detail, wie man ihn einstellt, wie ich ihn eingestellt habe, wie ich herausgefunden habe, welche Werte für welches Währungspaar vielleicht ganz gut sind, da kommen wir jetzt zu. Wenn dir prinzipiell so eine Strategie-Videos gefallen, das heißt, wo ich eine gewisse Strategie nehme oder einen gewissen Indikator oder einen Oszillator, wie auch immer, dann pack mir das doch bitte in die Kommentare und mich würde einfach mal interessieren, ob du der Meinung bist, ob so ein RSI-Indikator generell, also auch auf mehrere Märkte, auf längere Zeit einfach profitabel sein kann. Pack das mal jetzt in die Kommentare und dann guck mal am Ende des Videos, ob das stimmt oder nicht stimmt, auch wenn ich schon ein bisschen gespoilert habe, aber ich habe eben noch nicht alle Märkte durchgetestet. Und über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen, das triggert den YouTube-Algorithmus genauso wie deinen Kommentar und das sorgt dafür, dass ich eben noch mehr Strategien vorstellen kann, noch mehr Roboter finden kann, noch mehr Roboter vorstellen kann, die vielleicht schon mal vortesten kann mit bestimmten Settings und so weiter. Also wie gesagt, gerne liken und kommentieren. Und hier sehen wir den Oszillator auch schon und zwar arbeitet er hier im unteren Bereich. Oben sehen wir den Euro-US-Dollar im 15-Minuten-Chart und hier unten sehen wir den RSI mit seinen Standardeinstellungen. Und zwar ist der überkaufte Bereich definiert sich darüber, dass der Oszillator über 70 geht und in den überverkauften Bereich gelangen wir, wenn er unter 30 geht. Und das sind nach unserem Handelsroboter und nach unserer Strategie dann die Einstiegssignale. Das heißt, im überkauften Bereich geht der Handelsroboter dann short und im überverkauften Bereich geben wir eine Long-Position ein. Ich belasse es bei diesen Werten. Man kann das natürlich variieren. Man kann zum Beispiel sagen, man macht 80, 20. Das heißt, man hat dann noch konkretere, noch genauere Angaben. Also hier zum Beispiel wäre man dann zum Beispiel short gegangen und es braucht dann eben eine Weile, bis sich diese Überkaufteil dann eben auch abbaut. Und hier sieht man auch wunderschön, wie das Ganze dann eben auch runtergeht. Aber wie gesagt, das Ganze dauert dann eben eine Weile. Man muss da eben auch etwas Geduld haben. Und auch hier haben wir wieder eine überkaufte Situation, die jetzt nicht ganz so stark ist. Aber hier sieht man eben auch wunderschön, wie stark das Ganze dann eben runtergeht und sofort sogar in einen überverkauften Bereich geht. Also hier heißt es dann eben abwarten, wenn man hier dann quasi gekauft hat, wie das Ganze dann quasi, ja, bis sich das Ganze eben auflöst. Das hat sich jetzt aufgelöst. Jetzt sind wir schon wieder leicht im überverkauften Bereich und da kommen wir dann auch gleich noch zu einer Einstellung. Und das ist eben das einfache und simple Prinzip, wie dieser Indikator einfach funktioniert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Hier haben wir das Ganze. Das sind alles Standardeinstellungen. Außer die Lotgröße, die habe ich jetzt auf 0,1 verändert, weil es ein 10.000er Demokonto ist. Wir nehmen aber Fixed Lots. Ansonsten kann man eben sagen, man möchte das Ganze am Hand des Kontostandes ein bisschen variieren. Die RSI-Periode, die ist auf 21. Wir sind im 15-Minuten-Zeitfenster. Und das heißt, er nimmt den RSI aus den letzten 21-15-Minuten-Kerzen. Dann haben wir das RSI-Level 70. Das bedeutet, dass wir eben bei 70 überkauft sind und bei 30 überverkauft sind. Er hat einen Moving Average-Filter drin, den wir hier in den Standardeinstellungen nicht verwenden. Dementsprechend brauchen wir uns auch um das Zeitfenster des Moving Average nicht zu kümmern. Dann haben wir einen Stop-Loss von 200, einen Take-Profit von 0. Und ja, der Rest steht auf False. Und dementsprechend starten wir. Man kann auch einen Trading-Stop entsprechend einstellen. Oder eben das ja quasi beim gegengesetzten Signal, also wenn wir im Kaufen sind und es kommt ein Verkaufssignal, dass man dann eben aussteigt. Das lassen wir erstmal alles auf Standard. Ja, und dann starten wir das Ganze eben auch mal eben mit den Standardwerten. Gehen wir auf Diagramm. Das kann jetzt ein bisschen dauern normalerweise, bis er sich die Daten entsprechend runtergeladen hat. Damit ist er jetzt fertig. Und normalerweise geht das Testen auch sehr, sehr schnell. Und wir sehen, okay, das sieht jetzt nicht sehr positiv aus. Also das sind jetzt scheinbar nicht die perfekten Werte. Wir sehen hier, dass die Equity, also der Kontostand, bzw. der Konto Saldo, eigentlich sich nah an der 10.000er hält, aber die Verluste irgendwie eingebucht werden. Also das heißt, er schließt irgendwelche Trades nicht. Er hat einen Trade offen, wo er halt gut im Gewinn ist. Aber stattdessen schließt er immer andere Positionen, die im Verlust sind. Also wie gesagt, das kann noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Gut, also die Standardeinstellungen scheinen nicht zu stimmen und ich kann auch schon sagen, woran es liegt. Und zwar Take Profit. Er nimmt einfach die Profite nicht mit. Und dementsprechend müssen wir da ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe das Ganze jetzt mal mit einem Take Profit von 100 Punkten versehen und einem Stop Loss von 800. Das heißt, wir wollen nicht sofort quasi ausgestoppt werden, sondern wollen das Ganze ein bisschen laufen lassen, weil natürlich so eine Überverkauftheit oder Überkauftheit sich nicht sofort wieder niederschlägt. Und dementsprechend habe ich das jetzt wirklich einfach mal so festgelegt. Ich habe übrigens das Währungspaar durch grobes Testen herausgefunden. Wie habe ich das gemacht? Das alles erkläre ich sehr detailliert bei mir im Premium-Bereich auf meiner Seite forexsignale.trade und da habe ich extra ein Video gemacht. Dann habe ich noch andere Videos, wo es auch um Backtests geht. Und da beschreibe ich das Ganze, wie man das eben grob erstmal schon mal testet und dann immer feiner wird. Hier für diese Strategie reicht jetzt erstmal, wenn ich die einfachen Werte zeige. Gut, dann lassen wir das Ganze mal laufen. Gehen wir da aufs Diagramm. Und dann schauen wir mal, wie sich die Strategie schlägt, wo wir jetzt einen Take Profit einfach drin haben und er die ganzen Sachen nicht einfach laufen lässt. Du siehst hier, das ist eben in Anführungszeichen der Nachteil bei einem festen Stop Loss, dass das Ganze eben auch mehrfach eben einfach mal nach unten gehen kann. Das heißt, bei einem 800er Take Profit sind natürlich die Zacken nach unten. Das heißt, wo der Kontostand nach unten geht, schon ziemlich heftig. Aber du siehst, sehr häufig und sehr viel häufiger als der Stop Loss, wird natürlich das Take Profit dann eben auch entsprechend erreicht. Und gerade hier sehen wir jetzt gerade zum Schluss hin, sind wir immerhin, naja, 300 im Plus. Schauen wir uns mal die Backtest-Ergebnisse an. Was hier wirklich beeindruckend ist, muss man ganz klar sagen, das Ergebnis mit 300 Euro ist jetzt nicht der Oberknaller, das muss ich ganz klar sagen. Übrigens auch, wie ich die Backtest-Qualität auf 100% bekomme, zeige ich dir auch natürlich dann im Premium-Bereich. Ansonsten, wie gesagt, siehst du hier, der Drawdown, der ist wirklich in sehr, sehr geringen. Das heißt, man kann das Ganze, diese Gewinne, im Vergleich zum Drawdown natürlich dann auch noch mal ein bisschen nach oben skalieren. Wenn man zum Beispiel sagt, ich könnte mir durchaus ein Drawdown von 10% vorstellen, ja, dann wäre das Ergebnis, dann könnte man die quasi Positionsgröße vervierwachen, käme dann auf 10%, hätte dann auch ein vierfach so größtes Ergebnis. Das muss man eben auch ganz klar dazu sagen. Ja, dann liegt man bei 1200, das wären dann schon 12%. Der Rückgang, der Equity von 2,42% ist wirklich ein super, super Wert. So, jetzt schauen wir uns einfach noch mal an, was wir noch mal ändern können. So, was habe ich jetzt verändert? Ich habe den Take Profit einmal auf 200 erhöht, habe aber den Stop Loss gelassen. Den Moving Average habe ich nicht eingeschaltet. Ich habe ein bisschen durch Backtest herausgefunden, dass das nicht unbedingt das Ganze verbessert. Also vielleicht gibt es Möglichkeiten und auch vielleicht mit einem anderen Zeitrahmen, wo man das gewinnbringend einsetzen kann. Also das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, das muss ich ganz klar sagen. Und ich habe die RSI-Periode auf 12 heruntergesetzt. Und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ja, wie du siehst, kommt es immer mal wieder zum Stop Loss. Aber dann kommen eben auch wieder sehr, sehr viele Phasen, wo er wirklich gute Gewinne einfach entsprechend macht. Und entscheidend ist natürlich immer am Ende, was am Ende bei rauskommt. Dazu muss man ganz klar sagen, wir sind hier nur in einem Währungspaar. Das heißt, wenn wir nachher auch profitabel sind, das habe ich ja schon angekündigt, und das wirklich mit einer Nicht-Martingale- und Grid-Strategie, dann muss man natürlich auch betrachten, dass man, keine Ahnung, 40, 50 verschiedene Währungspaare, man kann Indizes nutzen und so weiter. Also man kann Rohstoffe nutzen. Das heißt, man kann das auf ganz, ganz viel anwenden. Wenn man dann am Ende sagt, okay, ich habe keinen so hohen Drawn und wir sehen hier, wir sind hier wirklich profitabel und schauen jetzt nochmal ins Ergebnis. Das heißt, wir sind hier bei 14% gelandet. Was für den Zeitraum jetzt nicht der Knaller ist. Aber wie gesagt, es ist nur ein Währungspaar und es ist bestimmt auch noch nicht die Optimalkonfiguration. Also man kann da noch viel, viel mehr mit drin machen. Und wir liegen bei einem Equity-Rückgang von 5%, was wirklich absolut vertretbar ist und was auch wirklich in Ordnung ist. Auch der Kontostand, maximal 5% zurückgegangen. Das ist wirklich alles nicht dramatisch. Und dafür sind 14% dann auch über diesen doch recht langen Zeitraum. Ich habe von 2020 an getestet. Ich zeige dir das nochmal hier. Und 2020 an getestet, weil wir alles Mögliche drin hatten. Wir haben Corona drin gehabt. Wir haben den Krieg drin und so weiter. Wir haben Wirtschaftsnachrichten. Wir haben Zinsanhebung drin gehabt. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel drin gehabt. Und dafür ist es wirklich ein super Ergebnis. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man jetzt vorstellt, man lässt es auf 10, 12, 13 Währungen laufen und hat bei jedem vielleicht ein Ergebnis von 10% über diese Zeit. Naja, da kann man sich selber ausmalen, wo man da landet. Also deswegen, man darf das immer nicht verwechseln und sagen, Mensch, 10%, das mache ich sonst in einem Monat. Wie gesagt, mit erhöhtem Risiko, mit Martingale und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn man eben für sich sagt, ich bin sogar bereit, 10% Drawdown zu machen, dann liegen wir irgendwo auch bei 28, 29% über diesen Zeitraum. Das muss man dann eben entsprechend sehen. Was man auch immer machen kann und was ich auch immer gerne mache, dass man sich vielleicht bestimmte Zeiten anguckt, die besonders profitabel sind. Zu welchen Uhrzeiten ist es profitabel oder gibt es auch Tage, an denen es profitabel ist und so weiter und so fort. Und dann kann man da nochmal ein bisschen filtern. Also mir ging es erstmal nur darum, die RSI-Strategie vorzustellen. Zu sagen, okay, es gibt hier sogar ein kostenloses Tool. Ich zeige dir das gleich auch nochmal bei MQL5. So, hier sind wir eben auf der MQL5-Seite. Der Indikator oder der Expert Advisor heißt RSI, Trustful Trading. Und ist von Tobias Christian Witzigmann. Also ein Deutscher sogar. Das heißt, wenn ihr vielleicht sogar Fragen habt, könnt ihr ihn anschreiben. Ist auch sehr neu. Übrigens, ich habe keinen Kontakt mit ihm gehabt. Ich kriege kein Geld dafür etc. pp. Also ich habe das wirklich für mich rausgesucht. Und wie gesagt, ist sogar recht neu. Sehe ich gerade selber auch erst. Also erst seit Februar, seit diesem Jahr. Ist auch die Version 1.0. Also da lässt sich vielleicht noch ein bisschen was machen. Und er hat auch noch andere interessante Sachen, habe ich gerade gesehen. Und zwar Bollinger-Bänder. Das ist nämlich zum Beispiel auch eine Strategie, die sehr gerne angewandt wird. Wenn dich interessiert, wie diese Bollinger-Band-Strategie funktioniert, wie der EA funktioniert, ob man den gewinnbringend einsetzen kann oder die Time-Range-EA, dann kommentiere das doch bitte. Ja, es interessiert mich, weitere Videos zu diesem Thema zu sehen oder zum Thema andere Strategien. Und wie gesagt, wenn du noch kein Like hinterlassen hast, dann ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt. Ansonsten kommt jetzt noch ein Video, was sehr, sehr gut passt und wo YouTube sagt, hey, Mensch, das Video musst du gesehen haben. Also schaust dir auf jeden Fall an. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Boah, das war super. Das war richtig gut, oder? Du bist hier bis zum Ende geblieben, also wird es dir wohl gefallen haben. Und neue Videos bekommst du immer, wenn du da unten den Kanal abonnierst. Guck mal da oben. Das Video ist auch richtig super. Ich kenne es zwar nicht, aber es ist bestimmt super. Das kannst du dir gleich anschauen.